hallo leute und herzlich willkommen bei der weiteren folge farmwiel ich schreie hier jetzt noch mal ein bisschen rum und nein so und für meine zuschauer hallo letzte folge war nicht darauf genommen weil ich zu blöd war auf aufnahmen zu klicken klicken alter das hört sich ja voll perverser und deshalb welche was ich so gemacht habe habe ich hier angefangen so einen gehalten brunnen zu bauen das will ich mal sehen also dein haus hatte ich mir schon mal ansehen eine spinne was da eine spinne das ding nur so wir dürfen bis zur nacht mal nicht schlafen gehen weil ich slime bälle brauchen ich gehe gleich in den sumpf deswegen ist es wirklich ein sumpf dort ich glaube nicht dass es ein sumpf ist das irgendein andere weiter weg einer ich gehe da schon mal hin slime bälle davon haben wir glaube ich noch keine oder Nero nee eigentlich nicht auch acht stück ja und wir uns fehlen auch noch bücherregale da oben finden sehe ich gerade wir haben ja bücher ah verkackte brunnen ist fertig wir können uns doch bücher machen was kann hier habe ich nur normales fix irgendwo ne ne ich glaube nicht nein man was mache ich hier was mache ich hier warum habe ich einen kompass und wo kommt der her hat ich habe einen sichthalter gemacht ich bin scheiße in meinem rucksack drin hat er einen rucksack ja das wollte ich mir auch machen im backpack nicht schon habe ich hatte auch mal ich habe sogar mögliche mehr weggegangen ja das weiß ich das es war nicht so liefst denn das lehrer wie geht das bau und lehrer alterniert das macht manchmal ganz normal in wo kommt dieser riesige baumform sporn her keine ahnung der war da schon die ganze zeit nie der den hat pumpkin gesetzt warum Prozent so alles in den guck ja okay das verstehe aber wo ist dein barmhaus ich verstehe das ich verstehe diesen jungen nicht ich werde einfach nicht schlau aus ihm das glaube ich so ich habe ja mitbekommen ich habe nur ein halbes herz das pferd was würde ich machen alter ohne jetzt ein pferd ich habe es wohl vergessen jetzt weil ich alle durchreden ja ihr seid schuld für alles alter was ist das für coole büsche hier die habe ich noch nicht es ist aber auch ein burs das hat er auch erst jetzt verstanden die zweideutigkeit nimmt in diesem gespräch eindeutig zu mhm so was wollte ich machen alter ich raste gleich raus kacken ja wir haben ihm eine toilette gebaut was ist das für eine lache Spongebob akku da ist ein komisches creeper ding das ist ein pokémon pokémon komm schnapp sie dir ich habe es im allo was ich auch tue pokémon du meinst du vom allerersten pokémon alter habe ich richtig behindert oder was ich habe mir ähm vom allerersten pokémon ich weiß garnicht mehr welcher das war Ich habe mir sogar ein Album gekauft Oder einfach den Titelsong und dann so Songs aus der Serie drin Ja, und dann habe ich mich immer so vor das Radio gesetzt, CD rein Dann bin ich einfach rumgetanzt wie so Mongo Man macht man auch immer als kleines Kind Oder als Nero Keine Ahnung, ob wir gar nicht richtig sind Mit diesen scheiß Off-Steps, ey Das pisst so an Halt die Klappe mit diesem Fall, D-Dop-Step Warte, was? Diesen Dop-Step Kohle Okay, wo, 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 haben wir kein Leder? Ist das ein Scherz? Ich habe vier, glaube ich Dann muss ich die Kühe töten Nein Doch Ich habe einfach keine Kohle Ich vermisse die aber erstmal Was kann ich im Lauf so geiles machen? Ist der Tens? Nee Wir haben doch bestimmt Weizen Wolle und Hausleiter Ja, dazu brauche ich voll viel Wolle Wie kann denn das tun? Wolle Schafe Wie, kann ich Schafe anlocken? Mit Weizen? Ja Ja Bei mir haben die Kühe keinen Kopf Okay, das ist, äh, normal Auf jeden Fall Das ist ein Zeichen Oh mein Gott Oh mein Gott! Das war ja, das setzt hier ziemlich gerade ab War ein Zombie, der hat mich angegriffen Hier noch einer Oh, da ist noch einer Hilfe! 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 Das war eigentlich nicht Wieso habe ich hier Wieso? Willst du mich verarschen? Kein Weizen Alle Weizen Das war ja gar nicht so gewollt Aber gut, ja Ja, wir haben ja Zumbekühe, die keinen Kopf haben Ja Ich hab, ich hab Schafe gefunden, ne? Irgendwom Mein Grabstein Na, Weizen Perfekt Ich hab hier Schafe Ja, warte, warte Ich komme, ich komme Weißt du, wo ich bin überhaupt? Nö, keine Ahnung Hat jemand von euch Gunpowder? Hast du Leder? Boah, ein Fuchs! Ein Fuchs! What does that fuck? Habt ihr jetzt mitbekommen, dass hier, äh, wilde Dirtbikes rumrennt? Ja, Mann Richtig gruselig Wir hatten ja den Dirtbike-Bike Aus Rotten Flash kann man übrigens Leder machen, DJ Ah, äh Was macht das für Geräusche, der Fuchs? Mit Zucker und... Alter, hast das für Geräusche gemacht Wie das, äh Was? Wir hatten mal den Dirtbike-Mod hier drin Und die sind dann in der Mose rumgefahren Das ist, weil der nicht funktioniert hat, ne? Ja Ja, komischerweise spawnen hier aber in der Gegend noch irgendwo Dirtbikes Obwohl der Mod nicht mehr drin ist Obwohl die eigentlich zum Fahren sind und... Ja, und die laufen einfach rum und greifen dich an Das ist noch ein Fuchs Und das ist halt ziemlich witzig Das ist gruselig, Alter Das ist voll geil Ich fahre einfach Dirtbikes rum Was soll dieser verkackte Baum hier? Ökos sind scheiße Ich bau den jetzt ab und klatschen So, ich muss jetzt später den Nix hier nach Apropos Baum, ich muss einen Baum fällen Oh Oh So, ich muss jetzt hier In diesen Canyon, warte schon mal in den Canyon mit dem Roten Stein Bam Ich bin da mal vorbeigelaufen, aber ich bin nicht wirklich durch Du gehst durch, weil dahinter ist ein Sumpf Ah, okay Was zum Händeln, Alter Okay Also, was soll ich jetzt machen eigentlich? Ich hab ja alles schon gemacht, was ich haben wollte Er ist wunschluss glücklich Was ist das? Ein Gülteltier? Armadillo, ich hab Armadillo gefunden Cool Ja, aus denen bekommt man doch diese Scales raus Also DJ, du hast doch Aus uns nix auch Was, da, weißt ich Oh DJ, du bist so ein verkackter Spastmann Was? Du hast eine Kühe getötet Ah, das ist so, das ist so So, 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 so So, 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 so Die kopflosen Kühe Wie heißen aber diese komischen Vögel, die immer in der Wüste rumfliegen? Äh, ah, äh, Geier Genau, das ist hier ein Oder, ist es ein Geier? Ist ein Geier Ja, ist er Du bist ein Geier Du bist auch so ein Geier Hier ist echt einer Und dann nur Hülteltiere Ah, Ökos sind scheiße, hab ich da jetzt hingestellt Das will ich mal sehen Glaube ich dir nicht Doch, ich hab den Baum abgeholzt und Schild den hier gehört Wie die Gülteltiere sind, Alter Und ich suche Schafe Ah, was? Was macht das Gülteltier da? Das hat auch kein Kopf, egal Boah, warum ist bei euch die Version so verbuggt, Alter? Bei mir läuft alles Ah, ich hab'n Schaf, Schaf, komm her, Schaf Komm her, Schaf Komm her, Schaf Wieso? Wieso geht damit zurückwärts gegangen, Alter? Komm her, Schaf Alter, das sieht einfach total wehend aus Das sieht einfach so Das sieht einfach so Das sieht so Das sieht so Das ist ja Jetzt muss ich nur noch auf Nacht warten, dann läuft das Nein! Nero! Was? Was? Du hast doch mich abgeschossen Ich hab'n nichts gemacht Ja, ja, ja Ja, du dummes Schaf, ne? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Eier, wir brauchen Eier! Ja, ja, ja Männer, die Eier haben sind so geil Was ist das hier? Haben alle mal auf Vasen gesungen Was ist das hier? Was ist mit dir? Kennt ihr denn Cannstatter Vasen? Nee Hallo! Das ist das zweitgrößte Oktoberfest überhaupt und ihr kennt's einfach nicht Hallo! Oh, ich gröss'n Scheiße, cool Hier ist das Video Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Haunted Armor? Ja, das sind so Geister BGF, die ziehen ja übelst! Auf welcher Schwierigkeit spielen wir? Auf easy eigentlich Aber das ist glaube ich schon lange nicht mehr, weil das ist einfach unmöglich So, ich hab' jetzt erstmal das Schaf hier eingebaut Alter, was sind das für Teile? Ah, die sind ein bisschen heavy, ne? Ist das noch einer? Bisschen zu ne Pyramide Pyramide? Da ist ne Eisentür Oh! Ein Zombie Es gibt ja viele Bossdinger hier, da könnten wir ja mal ein bisschen erforschen Ja, erstmal muss ich mich hier Der Ernst ist leer Erstmal muss ich mich hier mit so'n paar Rohstoffen ausstatten, Alter, das ist grauenhaft hier Ich hab' ja gar nichts Amor Ja, jetzt müssen wir halt erstmal so die Grundsachen bauen und alles Farmen ein bisschen Ah, dieses Feld hier ist noch frei Das ist äh Ja, das ist... Achso Das ist dahinter, glaube ich, unseres, ne? Ja, könnte sein Achso, ja, das hab ich gekauft Achso, ja, das hab ich gekauft Achso, ja, das hab ich gekauft Ja, da steht... Das... bei uns steht das ja Ja Was unseres ist Ich nehm' auch mal so'n Baum hier, glaube ich, mit Da, wo die Fackel ist Okay, ich hab' keinen Bock mehr, Alter Mach das später Aber mein Grund sieht cool aus Ich... Ja, also, bei uns ist schon die Folge vorbei, zwölf Minuten Und dann werd' ich bei der nächsten Folge erkunden Ja, weil mir jetzt denk' ich mal auch Ich hab'n Boomer Jau Jau, also, dann war's das, leite bis zum nächsten Mal Und ja, dann, ciao Tschüss